In der Ausbildung lernt man das Kommissionieren, also das Bereitstellen der Ware anhand eines Kundenauftrags kennen. Die richtige Einlagerung der Ware nach bestimmten Voraussetzungen wie Temperatur und Haltbarkeit müssen hierbei berücksichtigt werden. Zu den Arbeiten gehört auch das fachgerechte Verpacken der Ware, zum Beispiel nach dem Gefahrengutrecht, sowie das richtige Verladen der Güter mit einem Gabelstapler in einen LKW-Container. Ein weiterer Bestandteil ist das Erstellen von Frachtbriefen mit Gefahrengutangaben und Solldokumenten. Zudem kommt auch noch das Annehmen der Ware im Wareneingang mit Buchen und Kontrollieren der angelieferten Ware. Sei Teil eines großen Ganzen! Bewirb dich jetzt! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!